Und Willkommen zurück bei Let's Hüpf 2013 Let's Hüpf? 2013 vor allen Dingen. Nein, bei Left 4 Dead 2 und zwar in der letzten Map von... Also, Flug zur Hölle heißt das Ganze. Genau. Und ich denke, es wird ein Flug zur Hölle werden. Are you wearing your face mask, Eike? Ne. Och, fuck. Dann kann es ja schon nichts werden. Ja. Ja. Ohne Gesichtsmaske. Ach, du Scheiße. Und... ich... glaube... Gute. 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 Ach, da hinten. Gute. 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 Böf, Böf. Was ist das?! Was BehÖtu hier?! Gute. Ägh... Und sind wir... Ach was, wir sind schon hier! Ach krass... Nachkommhen... stroll, den D MARSP Ja, hier ist die Polizei! Ja! Zяли! 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 Als psychische W EINER sein! Nämlich ganz schnell schnell! Zяли! den Kanister hier wieder so wollen wir ja hast du angenommen ja dann gehst du an die Minigall erst hä bevor wir was einschalten und jetzt oh ach so wir betanken das Flugzeug ok hat auch gesagt ja ist ja gut schön locky ja scheiße da kommen sie ok die rennen da hinten alle durch und fackeln ab das ist natürlich gut rechts kommen wir von rechts ja ja die fackeln da alle ab die fackeln da alle warum auch immer ab da ist der jockel gewesen jawohl und charger von wo ok das ist ja noch ganz erträglich r stärker mit am cool wo wir spielen immer noch auf einfach ist fällt mir dazu gerade ein auch okay im doch die unvollgesprung hervorragende kombination das hätte man nicht hätten wir ändern können weil wahrscheinlich sind wir dann jetzt gleich wenn du ändern können mini mini jetzt nicht auch dran erinnern können so aber ein tank muss er jetzt eigentlich trotzdem kommen ich sehe dich nicht das schon und da höre ich ihn und da sehe ich ihn und da stirbt er nicht und da ist er tot so mittendrin ändern wir den Schwierigkeitsgrad welch geheimer ach man ey wieso werde ich denn vollgekotzen das ist super ätzend jetzt habe ich die kotze ab und der die sind auf die oder bei einem klück gehabt wenn du wohnen sind könnte mich gehen immer her wo ich gehen einfach nie schleichen sich so von hinten an das ist die kunst der boomer und aber selbst mit zunger hilfe 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 danke aber er lebt noch nicht er liebt nicht mehr und ich jocke und nannte jetzt schmeißen sie aber hier um sich auf jeden fall da kommen sie es schickt der tankverrat oh man da nicht schon wieder es ist doch zum dritten mal jetzt man sieht ihn nur vollgekotzt hier fette saue man sieht den armen kern nur vollgekotzt wenn wir vorkommen vorkommen bis hast du befreit ja da ist ein fettig gewesen schon erledigt sehr gut und irgendwo kommt ein jockey aber ich weiß nicht von wo so ist das jetzt hier bald mal bald mal hier dank dir so ich schmeiß nur den ding oh nein jawohl nimmt die dings so natürlich auch mich ja weil du am meisten schaden gemacht hast ja aber kein zweiter ja was macht die klappe im auto Ja, jetzt! Äh, hallo? Schneller! Äh! Oh, gut! Nein! Yippiey! Sieben Minuten! Jesus, Maria und Josef Stalin! Genau! Ja, winkt ihr nur mal hier. Ja, hallo! Macht's gut! YMCA Die überlebenden konnten fliehen! Ja, das war die drittletzte Kampagne. Dead Air Und wir sind komplett durch jetzt. Ja, wir können uns die gesamten Dinge angucken, glaub ich. Ja. Aber das ist doch jetzt nur für... Achso, du meinst die gesamte Zombie-Anzahl am Ende, oder? Ach nee, doch, ist insgesamt 312! Ja, ja, ja. Krasser, krasser Fuck. Ja, auf jeden Fall. Krasser Fuckier. 730. Nein, Jut. Oh, da war's. Du bist voll der Team-Filler. Ja, ich hab's schon gesehen. Wieder mal genau wie die Seuche. 2232, sehr, sehr krass. 2232. Übel Kübel. Ja. So, und wir malen jetzt eine Mama jetzt noch. Okay. Eine Mama jetzt noch. Neun Minuten ist zu... Das geht nicht. Die nächste ist... Die Blood Harvest. Ich bin gespannt. Und warum muss ich immer meinen Charakter neu auswählen? Das ist komisch. Naja, wir starten mal. No, no cure, no problem. Auf jeden Fall. Okay. So, und dann machen wir die nämlich jetzt einfach hier noch. Huch, ich bin still. Das Militär soll in den Augen ein Schutzgebiet haben. Wir müssen nur den Gleisen folgen. Ja, legen wir los. Und wir kommen zurück. Nein, Quatsch. Ähm, aber wie sind wir jetzt hier hingekommen? Eike? Ja, bei mir hakt irgendwas. Irgendwie, ich sehe nichts. Wie? Drin? Ja, ich bin drin. Oh nein! Bill! Was ist mit dir? Was ist mit dir? Warte. Ja, jetzt bin ich da, okay? Ja, er guckt in den Himmel. Er ist wieder da. Ja. Hallo. Uhu! Da liegt eine Mariete für dich. Ja, sehr gut. Und, äh, warte mal. Achso, doch, Nahkampf, äh, Fernkampf auch noch. Okay. Äh, ja, wie sind wir hierher gekommen? Äh, Heilschirm? Stimmt, das kann sein. Stimmt. Das kann sein. Naja, Feuer frei. Ja. Wenn das jetzt in dieser Geschwindigkeit wie eben weitergeht, dann sollten wir die ja auch... Aber Goethe war dichter. Ja, auf jeden Fall. Dann sollten wir das hier ruckzuck auch noch geschafft haben. Und dann haben wir eine angenehme Folgenlänge. Obwohl natürlich jetzt auch fortgeschritten... Ja. Da kann das sein. Davon haben wir eigentlich da auch alles auf fortgeschritten gemacht, bis auf die eine. Ja, stimmt. Gut, und jetzt Vorsicht, Spitter, bis auf die... Bis auf die letzte. Die haben wir halb auf fortgeschritten gemacht. Ja. Da habe ich auch echt immer dran gedacht, das umzustellen. Naja. Wahrscheinlich hätten wir sie beim ersten Mal eh nicht geschafft. Ach, ich nehme die Machete noch mal. Die ist eh besser als die... Sehr gut. Besser als die Axt. Ähm... Ähm... Macheten so. Crocodile dann die, obwohl... Doch, hatte der nicht eine Machete? Nee, stimmt. Der hatte so ein Buschmesser, ne? So... Genau. Und was für eins. Das nennst du ein Messer? Das ist dein Messer. So schön. Einer der besten Filmschene ever. Tatschaft. Ich denke immer, es ist ein Tank. Pass auf! Und ein Fetty, der dich ankunst. Ja. Grobartig. Ich... Warte. Ich schütze dich! Irgendwie... Das merke ich. Ja, mache ich auch. Sei doch nicht, meine ich wirklich. Ja, siehste. Ähm, sag, weiter. Ich glaube, wir müssen da irgendwie runter. Ja, wir müssen da runter. Äh, hoch. Danke. Ähm. Du hast was gut. Ja, ich ja hier. Ja, hier. Warte mal. Ich glaube, wir können hier auch zu Fuß runter. Das wird dir irgendwann abfallen, oder? Äh. Ja, hier geht's noch weiter. Ja, meist recht. Unter wäre wahrscheinlich total scheiße gewesen. Ich denke auch. Was ist da so ein Schutzraum? Ne, Fetty, Vorsicht, Fetty. Äh, ich hau schon ab. Ja, Schutzraum. Das ist doch nicht wahr. Das ist doch nicht wahr. Ja, ich mach gleich. Okay, ich mach zu. Kommt der hier mit rein, ey. So, es geht genauso furios und schnell weiter. Das ist nicht wahr. Das ist einfach nicht wahr. Vielleicht sollten wir mal auf schwer spielen. Aber ich glaube, das wird dann zu heftig. Ja, dafür brauchst du vier Leute. Ach, der Louis, der Louis heilt mich nicht. Das ist ja. Aufopferungsvoll hier. Na gut, Marmel. Warte, da habe ich ne Kack-Uzi. Was? Ne, ist okay. Ne Kack-Uzi? Ja. Willst du die andere... Ach, ne. Na gut, Feuer frei. Schaffen wir auch noch. Ja. Ja, will ich auch so. Da die ja eh immer so... ...mickrig jetzt hier irgendwie sind. Und ich glaube, wenn man den Nahkampf richtig einsetzt, ist das auch nochmal ein weiterer Vorteil. Das stimmt. Weil das, was ich jetzt bis jetzt immer gesehen habe, die haben halt immer... ...wenig... Die Hölle bist du da runtergekommen. Wenig Nahkampf gemacht. Aber der ist ja doch ganz nützlich. Da hinten liegen Zielfernrohre. Wollen wir die holen? Ja. Und natürlich stürzt die Zoe runter. Es war so klar. Es war so klar. Eigentlich hätte ich gesagt, einer von uns stürzt runter. Ja, ich bin sogar noch oben. Aber wir müssen eh runter. Ja. Na unten. Hui. Entschuldigung. Öffnen wir den Notaufgang. Ah, super. Dann kommt die ganze Bande wieder. Okay. Und nur mit. Ja, 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 ja. Und nur mit. Und nur mit. Und mit. Und mit. Und mit. Und ich habe... Dich aber der Jockel sitzt auf mir. Okay, die... Dings hat nicht. Die Wollsche war auch Geschrei. So, wie... Ach, du Kacke. Hallo. Könnt ihr mal jetzt hier gehen? Wir wollen keine Gäste. PIN! Los, weiter. Ja, wo bist du? Ja, weiter. Gut. Oh, HUNTER! Der fällt ins Kreuzfeuer gesprungen. Die halten auch ein bisschen mehr aus, die Hunter, ne? Das ist... Du musst durch den Tunnel hier. Du glaubst dich besser, Francis. Ach was, der Francis ist noch echt gut, aber ich habe... Ach, Kotze, okay. Die brauchen wir nicht. Obwohl du hast... Doch hast Molli. Meinst du da hoch? Ja, hier können wir hoch. Ja, hier geht's weiter. Ja? Ja. Da ist auch ein Splitter. Dann passe er auf. Und ein Hand... Dings, 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 ja. Räger Scheißkerl, nun stirbt doch endlich. Nee, tot ist er. Wo ist unsere Crew? Keine Ahnung, die schlafen wieder irgendwo. Boah, ich muss mich unbedingt erst mal heilen. Moment. Tue er dies. Aber ich glaube, dahinter ist sowieso schon wieder der Schutzraum. Hab ich so... Ja. So, das Zeichen. Ja, aber... Doch, Schutzraum. Siehst du? Das ist doch nicht wahr hier. Was ist denn das? Jetzt müsstest du doch eigentlich eine schöne Folgenlinge haben mit drei Dingern hier, oder? Jo, 18 Minuten, das ist... Ja. Kann man machen. Ist okay. Das geht hier so schnell. Ja. Uh, der Witchjäger. Ich hab's gar nicht... Ja, die stand direkt vor meiner Naht und ich hab einfach Vollgas draufgehalten. Ich hab's gar nicht gesehen. Na gut. Ja. Dann, äh... Drei Maps auf einmal mit Ende, okay. Ja. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss. Tschüss. Ah.